Pack Prep und das Espresso Thumpen ist einer der wichtigsten Skills, die du als neuer Barista lernst, damit du perfekte und gleichmässige Espresse zubereiten kannst. Wenn hier etwas falsch läuft, dann führt das zu einer Unterextraktion, zu Channeling, zu Tassen, die nicht gleich gefüllt werden und unterm Strich einfach zu schlechtem Espresso. In diesem Video zeige ich dir die richtigen Tools und Tricks für perfektes Espresso Thumpen. Los geht's! Zum Thema Espresso Thumpen geistern super viele Meinungen und Geschichten rum und gerade in Kursen hören wir immer wieder die gleichen Fragen. Soll ich am Ende nach dem Thumpen meinen Thumpen einmal drehen? Soll ich vielleicht mit meinem Thumpen auf der Seite vom Siebträger einen Schlag drauf geben, damit das lose Pulver einmal ins Sieb zurückfällt? Und vor allem, wie fest soll ich thumpen? Soll ich so fest wie möglich thumpen? Was ist der richtige Ampressdruck? Deshalb hier als erstes einmal unser Ablauf, wenn wir als Thumpen gehen, mit den richtigen Tools und schön Schritt für Schritt. Als erstes das richtige Thumpen, die richtige Packprep startet auch immer mit dem richtigen Siebträger. Dieser sollte heiß sein, durchgängig aufgeheizt und nicht vorher mit kaltem Wasser ausgespült werden. Dann nehme ich einmal ein trockenes Tuch, reibe in das Sieb durchgängig trocken und schaue, dass da kein altes Kaffeepulver mehr drin ist. Und dann startet wirklich das Thumpen oder die Vorbereitung zum Thumpen bereits bei der Mühle. Hast du also eine On-Demand-Mühle, dann gehe ich mit dem Siebträger ran und verteile jetzt schon beim Malen, beim Portionieren in meinen Siebträger das Pulver so gleichmäßig, wie ich das nur hinbekomme in meinem Sieb drin. Ich bewege kreisförmig mein Sieb bei der Mühle, einfach damit überall gleich viel Pulver zu liegen kommt. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Seite links weniger Pulver drin hast, als auf der rechten Seite in deinem Sieb, dann führt das eben auch dazu, dass du nachher ein Espresso zubereitest und deine linke Tasse, die bekommt mehr Wasser, weil da ein kleinerer Kuchen oben im Sieb steckt und die Tasse wird höher gefüllt sein, aber sie wird auch komplett anders ausschauen. Sie wird wahrscheinlich heller sein, eine leichtere Crema haben und natürlich auch ganz anders schmecken als die dunkle, kleinere Tasse auf der rechten Seite. Hast du jetzt beim Portionieren von deiner Dosierung im Sieb das Problem, dass sich da so Mahlgutklumpen, so kleine Kugeln bilden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Mahlgrad super fein eingestellt ist. Das ist nicht immer ein Problem. Manchmal ist es einfach eine Kombination aus der Bohne, die du verwendest, die du halt so fein mahlen musst, damit du aus dieser und dieser Extraktionszeit kommst, dem Sieb, das du verwendest, dem Rezept, das du verwendest und so weiter. Und wenn du das Problem mit den Klumpen hast, dann ist es super schwierig, das ganze Mahlgut wirklich sauber in deinem Sieb zu verteilen und damit auf eine gleichmässige Extraktion zu kommen. Was du hier machen kannst, da gibt es ein Tool mit so Nadeln unten, Niedeltool oder das Weiss Distribution Tool. Das hilft dir dabei einmal die Klumpen aufzulösen, ein gleichmäßiges Pulver zu bekommen und das kannst du jetzt viel, viel besser in deinem Sieb drin verteilen und somit bekommst du auch einen viel gleichmäßigen Espresso und eine gleichmäßige Extraktion. Das Ganze ist zwar ein zusätzlicher Arbeitsschritt und du brauchst auch ein zusätzliches Tool dazu, aber wenn du wirklich ein Problem mit den Klumpen, der Klumpenbildung hast, dann kann das ein einfacher Weg sein, die Espressoqualität und die Extraktion wirklich aufs nächste Level zu bringen. Jetzt sind wir durch mit der Dosierung und wissen worauf wir achten sollen. Jetzt geht es wirklich darum, mit gezielten Schlägen, ich mache das mit meiner rechten Hand, wenn ich den Siebdreger in der linken Hand halte und mit gezielten Klopfschlägen schaffe ich es jetzt, damit ich das Pulver wirklich überall im Sieb super gleichmässig verteilen kann. Es braucht ein bisschen Übung und geht auch nicht bei jedem Pulver gleich gut, aber mit der Zeit kannst du so steuern, wo noch zu wenig Pulver liegt und dann das Pulver so ein bisschen dahin manövrieren. Dabei hilft dir aber auch so ein Leveling-Tool. Das ist eigentlich ein Aluminiumklotz, den man in der Höhe einstellen kann und ich kann den einmal aufs Sieb auflegen, das Ganze drehen und dann verteilt mir das Ding wirklich sauber mein Pulver innerhalb von meinem Sieb. Die gute Vorbereitung bis zu diesem Schritt ist super wichtig für guten Geschmack in der Tasse und wenn du das Problem hast, dass du manchmal einen Espresso ziehst, der super schmeckt und dann der nächste wieder nicht so super, dann kann es wirklich sein, dass du die Verteilung vom Kaffeekuchen oder vom Kaffeepulver in deinem Sieb nicht richtig gemacht hast. Du hast dann also Stellen, die vielleicht mehr Pulver drin haben. Das führt dann dazu, dass dort der Kaffee nicht so richtig gelöst wird, sauer gelöst wird und eine Unterextraktion in dem Teil vom Sieb stattfindet und an anderen Stellen, wo du zu wenig Pulver hast, dort wird dann wirklich alles ausgeschwemmt vom Kaffee. Eine Überextraktion, eine bittere Extraktion findet statt und wenn wir das dann irgendwie zusammenrühren, dann schmeckt das halt unter Umständen nicht ganz so gut, wie wenn überall gleichmäßig und sauber extrahiert wurde. So, dann haben wir sauber verteilt und machen uns erst jetzt ans richtige Tampen. Wir können den Siebträger einmal auf der Matte aufliegen lassen, beim Einer-Sieb mache ich das jeweils auf der Seite, auf der Stirn und dann geht es jetzt wirklich nur darum, das ganze Pulver vertikal zusammenzupressen und anzudrücken. Hierbei achte ich mich vor allem darauf, dass ich so gerade wie möglich tampe. Das heisst, ich nehme den Tampe in meine rechte Hand, lege die drei Finger außen auf dem Siebrand ab, damit ich auch spüre, ob ich gerade liege und dann drücke ich einmal ganz bis nach unten, bis ich merke, jetzt bin ich unten angekommen, es geht nicht mehr weiter und dann reicht das eigentlich auch schon. Man hört da immer auch diese Kilo-Angaben, ob man mit 20, mit 30 oder mit 40 Kilo Anpressdruck arbeiten soll. Ich finde das jeweils super schwierig zu messen im Alltag, super schwierig zu reproduzieren und ich finde das gar nicht so wichtig, verglichen mit der Tatsache, dass man das Ganze wirklich einmal sauber und gerade tampen soll. Wenn du schräg tampst, dann führt das zu dem vorhin beschriebenen Beispiel. Linke Tasse, rechte Tasse wird nicht gleich voll, Über- und Unterextraktion und beide Espressi schmecken komplett verschieden. Hier noch wichtig, verwende wirklich die richtige Tampa-Grösse für dein Sieb. Nicht jeder Tampa geht bis nach außen im Sieb und dann hast du außen immer einen Bereich von deinem Kaffeekuchen, der gar nicht richtig angedrückt, also gar nicht getampft ist und das führt dann wiederum zu Channeling. Kommen wir später noch drauf. Es gibt auch Tampa, die haben unten so einen Rand, wo dir hilft, dass der Tampa wirklich gerade aufliegt. Das heißt, wir können den am Rand aufliegen lassen, der ist gefedert und ich drücke dann einmal den Stempel in der Mitte nach unten. Und das ist wirklich viel, viel wichtiger, dass der Tampa gerade aufliegt, für konstante Ergebnisse, als dass du jedes Mal genau mit 20 Kilo andrücken solltest. Dann wischen wir jetzt einmal oben auf unserem Siebrand das Kaffeepulver weg, falls du oben noch Pulver hast. Wir wollen nicht, dass das oben an unsere Brühgruppendichtung reingedrückt wird und unsere Gruppe schmutzig macht. Und wenn du jetzt in deinem Sieb auf deinen Kaffeekuchen schaust, vielleicht hast du da am Rand einen Rand voll Pulver, der hochsteht. Das wäre jetzt der Moment, wo die Leute sagen, du sollst mit deinem Tampa einen Schlag auf den Siebträger machen, damit dieses Pulver runterfällt. Das Pulver ist echt kein Problem, aber der Schlag, der führt dazu, dass du vielleicht deinen Kaffeekuchen kaputt machst und dann ruinierst du eigentlich die ganze tolle Vorarbeit, die du bis jetzt geleistet hast. Was dir das Pulver aber zeigt, du hast vielleicht einen zu kleinen Tampa oder ein zu großes Sieb, aber es lohnt sich da vielleicht mit einer anderen Größe zu arbeiten, dass du wirklich auch bis an den Rand das ganze Kaffeepulver zusammengedrückt hast. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben und wenn wir alle Schritte beherrschen, dann bekommen wir jetzt ein super gutes und gelungenes Resultat in der Tasse, eine satte Crema und ein rundes balanciertes Ergebnis und Geschmackserlebnis. Manchmal hast du es aber, dass deine Tasse links und deine Tasse rechts nicht gleich ausschauen, nicht gleich gefüllt sind und gar nicht gleich schmecken. Manchmal ist da irgendwie eine komische Säure drin, eine überwiegende Bitterkeit und du weißt gar nicht, woran es liegt und der nächste wird dann trotzdem wieder besser. Dann hast du Probleme mit dem Channeling. Wie du das in den Griff bekommst, wie du das erkennst und wie du das behebst, zeige ich dir in diesem Video.